World of Tanks Blitz Los geht's Genau meine Freunde willkommen zu diesem neuen Video am Heiligen Abend Wo Weihnachten hoch wird Ich bin der Weihnachtsfeffer Da wird er weiß wer ist wie gesagt Heute hier in World of Tanks Blitz Genau wir heute hier in World of Tanks Blitz Warum? Das ist das Weihnachtsfeffer Wir haben keine Ahnung wie dieses Spiel funktioniert Das muss weh tun Wir haben sie voll erwischt Ja wir versuchen das irgendwie hier zu machen Wir haben sie voll Wir hinterher dich raus hier Also es ist ja ganz einfach an dieses Spiel Schieß die anderen Panzer auf Das ist das Woah Oho Oho Ach nous Obtet ihr Oho Wirbilir amben Hey, der haut da vor mir. Super. Also ich bin hier auf der Flucht. Also wie soll man das sagen? Wir haben gesagt, wir machen ein Weihnachtsfeier. Da kam dann Horde of Tanks Blitz zustande. Genau. Warum kommt das Video heute später als 14.1 Angeler? Weil wir dumm waren. Ich kann mich nicht bewegen. Also. Ich weiß, wie du mein Reparaturkipps findest. Ich weiß, dass es welche gibt. Das war so. Aber die waren die Pane. Oh! Ah, nein, nein, nein. Du musst da drüben. Ja. Ein ganzer Panzer ist da drüben. Der ist kaputt. Oh, ich bin in die Luft geblieben. Auf geht's. Du warst. Ich bin in die Luft geblieben. Wunderbar. Ich muss noch mal ehrlich sagen. Ich muss noch mal ehrlich sagen. Ich bin noch doof. Ich bin nicht so schlimm. Idiot. Ich bin nicht so schlimm. Ich bin nicht so schlimm. Das muss weh tun. Super, für ein Video. Mach mal. Zerwischt! Sie haben uns! Los! Ich find's halt gut, ich bin hier ein 30er Panther aus der Lange, ne? Die werden? Die werden schon dran. Gut. Mach's leider, ich will mir, der will. Der will mir frohe Weihnachten wünschen. Mach dich nicht. Mach dich nicht. Verschuldet uns. Ich warte dich nicht. Ich meine, erst mal... Ich hab Angst. Oh, scheiße. Ja, hab ich ihn doch. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab gerade... Ich hab gerade eingekillt. Ich hab gerade... Ich hab gerade... Um Angst Ich glaube noch aus dem Weg ist. Wann mal im Panzer? Okay. Oh, wir haben gewonnen. Das tut mir aber sehr leid, da leh ich ja schon mal um. Super. Auf geht's! Ich versteh jetzt den Sinn, wie es das Spiel ist. Ich sollte mal vielleicht Standort. Ich würde mal die Flächen durch Treibstoffen holen. Super. Super. Da ging es voll durch Ihre Aktion. Und in den Krieg. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Aber. Das Spiel noch. Krass. Ja. 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 Das Spiel. Wir werden ja nochmal hier mit dem Schnelldruck wer da war jetzt hier mal. Wir fahren jetzt los, 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 los. Wir haben Sie voll erwischt! Jetzt ist lohnet ihr. Lohnet ihr. Mach schnell. Mach die Brüder nicht auf. Voll. Noch so einer und die sind fertig. Noch ein Kader. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie. Und? Wir haben sie böse erwischt. Also bei mir war es das jetzt schon wieder mit dem Video. Wirkungstreffer. Noch was machen? Es ist Weihnachten. Und wir sind Zitare. Ciao. Oh. Jollies, buddy.